Ich habe heute den K2 Beineckel 88 getestet. Die Eigenschaften, dass er neben der Piste sehr gut zu fahren ist, verdankt er den flach ansteigenden Rocker vorne, womit er regelmäßig durch das Gelände durchflügen kann. Mein Fazit ist, dass dieser Ski sehr gut für Fahrer ist, die den Ski universell einsetzen wollen und einen sportlichen, schnellen Ski haben wollen, sowohl für die Piste als auch etwas neben der Piste. Bis zum nächsten Mal.